Hallo und zurück zu Alice Madness Returns. Da sind wir wieder zu einer neuen Folge, wo wir jetzt den Aufstieg zum Gipfel fortsetzen werden. Ähm... Ja. Also... Ja. Ist hier sonst noch irgendwo so ein Bogenschütze? So. War ja klar, dass hier so einer ist, der mich unbedingt umbringen will. Nicht genug damit, dass wir uns ausbeuten und töten. Sie nähren ihre Brut von unseren verrottenden Körpern. Okay, also irgendwie muss ich da jetzt noch rüberkommen. Ich denke mal, da wird mir jetzt der Weg freigegeben. Genau. So, hau ich das jetzt hier erstmal kaputt. Genau, eine Erinnerung. Als Symbol der Zuneigung tauschen Liebende oft eine Haarlocke aus. Das menschliche Herz kann mit tausend Schlüsseln geöffnet werden. Was bringt uns diese Information weiter? Ich glaube, ich weiß es noch nicht. Aber ich befürchte oder vermute, dass wir das auf jeden Fall herausfinden werden. Da oben wird uns wahrscheinlich wieder irgendwas erwarten, wo ich nicht gerade nicht drüber erfreut sein werde. Oh. 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 okay bin ich jetzt schon am gipfel das kommt mir noch gar nicht so vor ich kann rotkäppchen rückwärts ich kann das einmal eins bis zur elf ich ich habe jede menge verstand wirklich überzeugt mich um die sperre zu beseitigen wecke den frosch und leere seinen magen das da wecken was ist mit seiner zunge und den ganzen warzen und woher weißt du das ich so wie es geschehen kann während ich schlief ja nie ist klar ja 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 ich bin gerade ein bisschen zu dummlich dafür ja 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 Das war's für heute. 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. Oh Gott, oh Gott. Okay, also einfacher ist was anderes gewesen. Das war ja gerade mal wieder richtig fies. Mist. Ich will dann da rankommen. Okay. 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 Okay, ich versuch's nochmal von da oben. Vielleicht kann ich von da aus schießen. Irgendwie muss das ja gehen. Yep. Und da komm ich doch. Aber er hat da hinten noch weiter freigeschossen. Alles klar. Okay. So, und da ist wieder ein schönes Schlüsselloch. Mal gucken, wo uns das hinführt. Einmal im Kreis? Oder so? Okay, ganz viele. Und eine Flasche. Okay, kommen wir jetzt hier wieder zurück. Alter, nah am Osten ist ganz schön tricky. Okay. Da gefährlich, alles klar. Da gefährlich. Glaube ich. Glaube ich aufs Wort. Hab ich jetzt noch mehr? Nö, irgendwie nicht. Irgendwie hab ich jetzt keine Gegner mehr. Auch in Ordnung. Gut. Ist anscheinend hier nicht immer alles schwer. Alles klar. Ich mag keine Wesen, ich mag keine Bienen. Ich mag sonst nichts in der Hinsicht. Da ist die Katze. Arbeite mich anscheinend gerade echt irgendwie nach unten. Gränsekatze. Wett. Der muss immer so geschwollen reden, ne? Das will. So. Ein bisschen Konzentration, bitte. Will ich euch ja auch noch was zeigen. Okay. Okay. Hm. Gets aber Gets aber auch Okay. Das Schämpchen, yes! Leicht, da ging es nicht, ne? Okay, haben wir eine Erinnerung? Um die Gestalt eines Wesens korrekt festzuhalten, muss man sie leider töten. Die Objekte der Kunst haben oft zu leiden. So richtig anfangen. Ach man, ich will endlich mal wissen, wie jetzt die Geschichte ist. Aber das Blöde sind, glaube ich, wenn denn gerade erst mal gerade zur Hälfte durch mit diesem Spiel. Ich glaube, als ich vor drei Folgen angefangen habe... Da waren wir bei 43 Prozent. Keine Ahnung, wie das jetzt sein wird dann. Hat mal hier jemand eine Taschenlampe. Und ich bin immer noch nicht am Fuß des Berges. Aber das war es auch für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dann. Tschüss! Musik Musik - Zukunft